Das Konzept für die Einladungen steht. Simone Lukner verrät neue Details zu den Feierlichkeiten rund um ihren kirchlichen Segen. Theater Tata, mit viel Tralala. Simone, 42, und Richard Lukner, 91, verbringen derzeit viel Zeit miteinander. Und die nützen sie auch dafür, um an den Feierlichkeiten rund um ihren kirchlichen Segen zu feilen. Mörtel erholt sich von einem Eingriff an seinem Herzen und laboriert zusätzlich an einem unangenehmen, angeknacksten Lendenwirbel. Neben seiner Arbeit, die sich der Baumeister ausdrücken und in sein Homeoffice in die XXL-Villa in Wien-Döbling bringen lässt, wird also an den Hochzeiteinladungen designt oder Details zum Megafest im Palä Niederösterreich besprochen. Simone Lukner verrät heute nun neue Details. Nachdem sich Richard Lukner und sein Bienchen am 1. Juni im Wiener Rathaus das Ja-Wort gegeben haben, folgt am 12. Oktober nun der kirchliche Segen von Dompferer Anton Faber. Seit 63 Jahren bin ich mit meiner ersten Frau kirchlich verheiratet und deshalb findet am 12. Oktober um 17 Uhr nur eine Segnung durch Toni Faber statt, zeigte sich der Baumeister vor einiger Zeit nicht wirklich romantisch. Jetzt scheint sich aber doch langsam vor Freude bereit zu machen und so unspektakulär dürften die Feierlichkeiten auch nicht werden. Geplant werden immerhin auch drei Feste, die im Palä Niederösterreich gefeiert werden sollen. Zum einen, der kirchliche Segen, dann Lukners 92. Geburtstag und dann auch noch 34 Jahre Lukner City. Nach dem kirchlichen Segen will das Brautbar seine Gäste zur Agape bieten. Das hatte Richard noch nie, erklärt Simone. Und lüftet nun, dass ihr Baumeister dafür schon Großes plant, Richard will ein Stück Straße mieten, damit wir nicht gestört werden. Auch würden die Hochzeiteinladungen bereits stehen. Glaube heute gehen sie in den Druck, so das Bienchen weiter. Das Konzept? Es wird Royal, so Simone Lukner weiter. Zweite Hochzeitsnacht im Grand Hotel. Im Palä Niederösterreich soll dann große getafelt und gefeiert werden. Ihre zweite Hochzeitsnacht wollen die Lukners dann anschließend wieder im Wiener Grand Hotel verbringen. Die haben ja viele Suiten, so der Baulöwe zuletzt im Heute-Tag. Nun kann man dem Baumeister und seiner Ehefrau nur wünschen, dass er sich gesundheitlich bis dahin wieder erholt hat.